Wenn wir jetzt eine Chicken Dinner Runde holen, dann mach ich dann natürlich einfach flat so, wie süß. Ohne An- und Abmord oder was? Einfach pfff. Und dann sag ich, hier ist unser Chicken Dinner-Fatzen, du bist auf den Marker gesetzt und los. Dieses Spiel, Mann ey. Dann spielst du doch nicht. Siehst du, deswegen sag ich immer nicht Bescheid, wenn ich spiele, weil du dich immer beschwerst und dann fühl ich mich schlecht, weil ich dich gezwungen hab mitzuspielen. Ja, dann zwing mich halt nicht. Und warum? Du bist noch im Flieger? Nein, ich hab doch gesagt, los. Du bist doch über mir, ist alles hekt. Ne, ne, aber Dings. Der Hälter ist noch. Ja, mein Spiel hängt. Ich kann nichts machen. Hör doch mal zu, ey. Ey. Junge. Boah. Bad Boys, Bad Boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Oh je. Oh je. Skrrr. 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 Skrrpa da ba di. Skrrr. 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 Fuck, ich dachte ich hatte ihn schon. Oh, er hat so komisch gezuckt und ich dachte ich hab ihn schon. Das ist mir nicht in den Kopf getroffen. Ach, fick mich doch. Schön Container looten. Ja. Ja, mit dem Magen. Sind auch nur ein paar andere hier. Ja, das ist okay. Mhm. Das verläuft sich. Ich hab übelst oft, dass halt richtig viele da sind, die auch looten wollen und man sieht dann aber keine mehr. Okay, hier sind aber richtig viele. Ja, irgendwie. Nein. Oh Gott. Huh. Wirst du beschossen? Nö. What the f- hä? Uh, du Motherf***. Alter, das gibt's nicht. Hat der mich gesehen, du Wundersohn. Na, der hat ja schon auf dich geämmt, als du hochgegangen bist gerade. Ey, der pusht dich. Ja, ich wusste. Der pusht dich. Ich komm nochmal zu dir. Granate schön übers Dach gerollt. Wow, die ist neben mir hochgegangen. Nein, da hat ein Wechsel. Oh scheiße. Der ist ohne. Oh fuck. Okay, kann nur besser werden. Ich mach Aja an. Ihr seid schon special. Ich mach die Halle. Zwei-steckiges Großgebäude. Oh, das ist scheiße. Deine Mutter ist auch scheiße. Da ist noch jemand anders, da ist noch jemand anders, da ist noch jemand anders. Da ist noch jemand anders. Victor, rechts von dir. Boah. Ich bin tot, Victor, 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 in dem Haus links von mir. Victor, schnell hinter mir, hinter mir, hinter mir. Ja. Er tötet mich. Boah, gepumpt, Alter. Vorbei. Im Sprung, Alter. Ha. Ach, scheiße. Ich hab gar nicht nochmal geguckt, ob hier wirklich keiner da ist. Das rechts war ein bisschen blöd. Der ist unter dir, Alter. Jonas. Jonas, dein rechts war mein links. Na, du hast dich gedreht in dem Moment, wo ich's gesagt hab. Schnauze. Ja. Schönen Hinterkopf, Boy. So, und jetzt trag den Sieg nach Hause. Da hab ich immer gar keinen Bock drauf, ne? Er ist halt schön auf zwei Räder an der Seite. Schau auf. Fägetchen. Na, Mann. Na, Mann. Immer Tauer. Ja. Immer Tauer. Digger. 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 Die Tauer. Ist ja jetzt so typisch gewesen. Na, oder einer mit der Pfanne. Oh. So. Wie du hinten drauf saßt und so guckst und nichts machst. Digger, wenn du jetzt nen Chicken-Dinner holst, dann hab ich das wenigstens noch auf der Aufklärung. Ja. Voll. Du brauchst ein Quatscher-C zwischendurch, du. Ich mein das C. Ah. So. Für die Combat-Version. Das ist einfach nur, dass die einfach nur zwei Sicherungshebel hat. Voll dumm. Was? War das drüber? Nein, Spectator ist einfach ein Lettingball. Ich treff aber. What? Nein, du Hupsohn, Alter. Halt dein Maul, Alter. Du dummer, dicker Wicker. Hatcher? Hier liegt ne Scar in meinem Haus. Mhm. Komm rein. Ja, komm rein. In meinem Lack, ne Uzi. Ja, ich auch ne Uzi, nur. Oh, Mann. So viel Badlack kann man gar nicht haben, Junge. Och, komm. Einzelfeuer. Wo? Augen aufm'n Dach. Aufm'n Dach. Aber direkt aufm'n Dach. Gentlemen. Kackschmuck, Alter. Oder? Wo ist der? Siehst du den? Nö. Draußen, draußen, draußen. Da ist ein Nackener. Hier bei mir ist einer. Hurra. Wo soll ich denn da trappen? Ein nackter Mann mit ner Crowbar. Links von mir. Hinter der Mauer. Nicht schön. Scheiße. Oh, ich hab ihn. Schönes Ding. Oh, der ist vom Dach gefallen, der eine. Nein. Oh. Wow. Ne, der Schüsse kam in die Wand rein. Hä? Ja, vom Turm aus. Glaub ich. Sowas in die Richtung. Da ist einer. Da ist einer. What? Oh. Ja, die SKS ist 12. Wo ist der? Der ist drin im Haus. Der ist drin im Haus. Wo ist jetzt da, wo ich war? Ach, Mann. Ach, Mann. Ach, Mann. Ach, Mann. fahren aber wenn du shift drückt erhöht das nicht seine maximalgeschwindigkeit ok meine maximalgeschwindigkeit wird jetzt auch nicht mehr erhöht wie er noch nicht weiß wo du bist so jetzt weißt du es oh fuck es sind andere die mich beschießen ja ich glaub von hinten es kommt die kavalerie ich bin der meinung wurde von hinten geschossen habe ich bin nicht so der ist auf dem hügel, der ist auf dem hügel, der ist auf dem hügel, der ist auf dem hügel der blutet gleich aus dem hügel, ich würd sagen duck dich oder? 4 kills und hinter dir wissen die jetzt, dass du da bist 5 oder? 5 oder 4? die anderen denken du bist in dem haus wow andere seite, andere seite, links Alter wie spät Alter wie spät wie spät der erst gecheckt hat dass du da warst so jetzt haben wir wenigstens einen ordentlichen Sniper den besten so wahrscheinlich zieht sich das wahrscheinlich zieht sich das wahrscheinlich zieht sich das scheiß im so links von uns bei 335 ja 285 da rücken 3 vor also verschanzen wir uns hier und gucken mal was die machen wir rücken einfach weiter safe oh fuck einer hat mich hart getroffen hm ich auch oh shit einer ist ungefähr bei direkt nordwesten bei mir an dem hügelchen ich bin da karabiner hinter uns auf dem berg glaube ich oder? ich gucke mal ob ich was sehe aber ich sehe halt nichts also schlechter kann es nicht werden oder? ja oh man war einer in den blauen haben wir alle? ja ja wir haben alles ey das schägt noch nicht boah hey wie vertraut man einmal anderen leuten? du willst doch nur schägen alter schäge lagge so und war was drin? ne ne? ne ne so wo wo oder wir gehen richtig geil ja 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 wohl jona ja oh jona oh 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 baby ihr kribbel oh baby mein kribbel wir so weg gehen und dann da die häuser finde ich richtig nice hier auf dem huckel lass mal das boot kapern und dann? und dann dann düsen wir mal im kreis immer hier schön auf teil sch klopf klopf wer ist da? wer ist da? nicht ich nicht ich nicht ich wer ist da? ähm nee ähm es ist so nah so nah und doch so fern so nah und doch so fern mach halt du bist ja mit dem achterscope naja das flugzeug kann man auch ohne scope beobachten nö achso ok ja gut wie sieht ein zone aus du? tja auch ganz cool eigentlich wir sind doch immer noch drin malinement malめin weh war waa war waa 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 Alter wie das klingt wenn üba lána rumläuft psst pft 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 uber mir sind Steps Schuhe SAVE CALL habt ihr das? ja du hast recht ja ist über uns wir können den entweder pushen oder vielfach scope warte mal laufen einer die laufen ok über uns ist wirklich einer ja sag ich doch soll ich den freiger hoch fallen? ja ok ok und jetzt noch mal aufmerksamkeit ich mach die tür auf ja ihr müsst doch rein ne ja warte sicher jetzt geht der dritte rein beide zonen sehen mich zu edipack hier ist gar keiner da ist einer 200 auf den klippen zwei leute über mir oder unter mir 200 200 ist runter 200 ist runter 200 ja klipp klipp wie soll denn da über dir jemand sein aber oben ist auch welcher auf der hügelkette jo alles klar kopfschuss sks stein norden klipp wow du klipp ok ich muss painkiller schlucken hab sonst kein medipack mehr ja ja also nordenstein waren zwei nicht mehr hoch jub hoch hoch schnarch Vielen Dank.